Ich arbeite bis die Hände blut! Cocktails im Glaskrug oder Eimer! Cocktails! Jetzt seid das ihr in den Demut lernt, ihr Kaiserreichsheimens! Oh, dafür dass ihr immer noch vorhin der Sonne rutscht, hat die ganze Schrift. Ich setze sicher keinen Böse, ist mein zweiter Vorwahl! Äh, ja. Wie soll ich da jetzt weiterkommen? Wie ich höre, hat sich Voreus irgendeiner Nordberger Sekte angeschlossen? Ja, genau wie ihr jetzt. Ne, ne! Nordberg scheint ein schrecklicher Ort zu sein. So unzivilisiert! Ach, da hab ich ja endlich was sehen! Keine Sache, Kumpel! Du musst auch noch was sagen! Ja, ich hätte gerne Schnaps! Hm... Kuss! Die Eingeborenen sind unruhig und kommen in diese Richtung! Attacke! Die Eingeborenen sind unzivilisiert! 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 Ja, ja... Oh! Holy fuck! Lass uns doch die Sklaven laufen! Tote Sklaven können nicht so gut arbeiten! Ach, da hat's bestimmt was Toge öffnet! Ja, das ist der Überraschungseffekt! Wir müssen die Elfen leben! Irgendein Quartier muss man seinen Bediensteten vermutlich zuweisen! Und das ist der Überraschungseffekt! Und das ist der Überraschungseffekt! »Wie ich höre, sind die Nordberger Männer wild und schön!« »Ups« Okay, haltet es mal fest! Weil ich... nicht tötete ihr gleich. In Nordbern ist aber ein gutes Klam ab! Oh, noch mehr Scherben da. Die nehmen wir doch gerne auf. Oh. Wir müssen hier aber noch einen Rimmel machen. Ach, hier ist es gut. Mit dieser WS-Aufwertung könnt ihr über Leben und Tod vor noch mehr Schergen Seelen bestimmen. Schön. Wow, da kommt schon wieder welche. Naja, ab da auf das Zelt übersenkt. Entschuldigung. Ich kann das mal auf das Zelt wieder machen. Ups. Weil hier ist Kaffes. Ich glaube, ich darf jetzt ein wenig kurz mit dir nennen, dass Kaffes aufbleiben. Attacke. Ich bin jetzt bald gleich in die Hände. Ich bin jetzt bald in die Hände. Ich bin jetzt bald in die Hände. Ich freue mich schon drauf. Falls wir den Brugschutz übernehmen würden, aber das kann ich natürlich verlieren. Schiff brav niederkniezt. Dann passiert ja auch nichts Schlimmes mehr. Ich bin kein Arbeiter, ich bin eher der Typ, der anderen beim Arbeiten zusieht. Die Störe hat sich, Bore, ich beschütze meinen blauen Reiniger und Rückenkratzer. Oh! Ich hab die ganzen Leute gesehen hier. Ich hab' die. Obwohl der Pflügel ist. Ich hab' die Römer, was ihr erwartet. Ich setze sicher keinen Fuß nach Nordda. Die Norddaer geben aber gutes Klagen an. Snacks, getränke... Wie ich höre, sind die Römer mein zweiter Vorder! Der Römer... Ich zeige den Römern, was hier im Waren sterben solltet. So, die ganze Sklaven. Ah, hier sind wir wohl richtig. Oder sucht ihr das Ziel? Leider hat sie einen unaufschiebbaren Termin in der Arena. Und wenn meine Waren einen von euch übrig lassen, seid ihr die Nächsten. Ja, klar. Formieren! Im Eilschritt Marsch! Vogenschützen in Position! Vogenschützen! Durchlöchert sie! Wow! Ihr seid doch hier, um mich zu retten. Neue Formation! Vorwärts, schnell! Ich bin sowieso viel zu schön für diesen Ort. Anglief! Das ist besser als die Arena. Oh Mann. Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst. Holt mich einfach nur hier raus. Ach, wie gerne kalt. Ich werde erstmal sicher vor den ganzen Bogen schützen. Oh Mann. Mir ist eine Kraft! Und wie kannst du die verkleiden? Lieber! Versucht bitte zu überleben! Natürlich! Tötet ihn! Ich lasse nicht zu, dass in dieser Zuflucht gemordet wird! Wow! Natürlich sind wir hier, um dich zu retten. Nieder mit den Ungläubigen! Anglief! Hörtet die bestige Wache! Ich kämpfe für den Meister! Nieder mit den Ungläubigen! Nieder mit den Ungläubigen! Ich bin sowieso viel zu schön für diesen Ort. Keiner darf ihn berühren! Bleib zurück, Lord! Anglief! Bleib zurück, Lord! Angriff! Das ist besser als die Arena! Attacke! Ich kämpfe für den Meister! Ich kämpfe für den Meister! Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst! Holt mich einfach nur hier raus! Attacke! Verstärkung! Verstärkung! Los! Vorwärts! Verstärkung! Versucht bitte zu überleben! Ja, wir sind doch noch am Leben, oder nicht? Hallo! Bleibt zurück! Bleibt zurück! Ich habe doch nur die Interessen meiner Gäste verdreht! Ja, ja! Ich hätte euch doch nicht in die Arena geschickt! Hm! Aber mich hättet ihr in die Arena geschickt! Ihr seid nicht gerade der weiße Ritter, von dem ich geträumt habe! Aber die Rüstung steht euch wirklich gut! Yummy! Na dann! Dann werfen wir die gute Frau mal! Haha! Immer Licht gehört jetzt um! Denk ich zumindest! Muss jetzt hin? Passier das weg! I kann es nicht weg! Ich kann es nicht weg! Ja! Ja! Tchapeł! Hauptsache, dann kommt es nicht weg! Ich kann es nicht weg! Das hat uns hier hin! Eins! Einmal für den Jungenめて! Ja! Wunder! Ich kann es nicht weg! Es kann es nicht weg! Wir sind dort! Die Jungen, die Hände nicht weg! Erfolg!